So, das ist jetzt der Aufgang zur Orgel, zur Karl-Schuker-Orgel aus Berlin. Man wird hier überall von Steinfiguren beobachtet. Zuerst kommt man hier auf die erste Empore. Die Akustik ist schon wunderschön, wie man hören kann. 1889 wurde die Orgel gebaut. Hier ist schon sehr edel und elegant. Jetzt geht es dann weiter hoch, kann man die Orgel schon spitzend sehen. Wow. Okay. 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 Okay.